Liebe Tech House Community, liebe Freunde, egal wo ihr gerade seid auf der Welt, schönen guten Abend, schönen guten Abend, liebe Frau Kohn, ich, der Johannes Müller, ich darf mich hier aus dem schönen Wien bei Ihnen melden. Frau Kohn dürfen wir in Zürich begrüßen. Frau Kohn, schönen Abend, schön, dass Sie heute sich Zeit genommen haben, um mit uns ein bisschen mehr über das Thema Smart Data und Behavioral Science zu sprechen. Frau Kohn, Sie haben jahrelang im Finanzbereich gearbeitet, Sie sind selbst Unternehmerin und haben sich jetzt einem Thema gewidmet, das wir gerade in der aktuellen Situation der Corona-Krise für enorm spannend erachten, vielleicht jetzt gerade im Moment auch noch die Brücke noch relevanter spannen können. Aber bevor wir einsteigen, möchte ich Sie einfach mal fragen, wir reden den ganzen Tag über Technologie, und sehen, wir haben jetzt ein Thema genommen mit Behavioral Science, das ja auch eine enorme wissenschaftliche Basis hat. Vielleicht können wir da mal anfangen. Wo liegen denn letztendlich die Wurzeln unseres heutigen Themas? Wo kommt das Thema Behavioral Science und vor allem dann auch die Kombination mit neuen Technologien wie künstliche Intelligenz her? Behavioral Science ist die Wissenschaft, und nochmal vielen herzlichen Dank für die Einladung und willkommen an alle, ist die Wissenschaft, die sich mit den Aktivitäten von Menschen auseinandersetzt. Behavioral Economics wurde das erste Mal vom Adam Smith im Jahre 1759 erwähnt. Und das sind dann die menschlichen Aktivitäten, die mit Wirtschaft, mit Kauf, mit allem dem, was geschäftliche Aktivitäten zu tun hat. Und der Professor Saltmann von der Harvard Business Universität hat gesagt, 95 Prozent von unseren Entscheidungen werden in dem unbewussten Teil des Gehirns gemacht. Also es ist eigentlich wirklich für uns alle wichtig, wie wir, wie unsere Kunden denken, was unsere Kunden bewegt. Die Wissenschaft hat, wie wir gesagt haben, eine ganz, ganz hunderte Jahre Anke-Tradition. Die Hochtechnologie ist das, was der Wissenschaft, würde ich sagen, Flügel gegeben hat und sie für uns in unseren Zeiten heute sehr wichtig und anwendbar macht. Nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. Also sowohl Präsident Obama als auch George Osborne haben begonnen, Behavioral Economics, Behavioral Science in die Regierung zu bringen. Richard Thaler hat den Nobelpreis dafür gewonnen. Und wir sind hier heute, um, glaube ich, zu besprechen, wie sehr und auf welchen Gebieten uns diese Synergie von Wissenschaft und Hochdechnologie im Geschäft helfen kann. Vollkommen richtig. Jetzt ist natürlich immer die Frage, wenn wir Themen wie Behavioral Economics und Behavioral Science hören, Das eine Thema ist natürlich, Daten zu sammeln und historische Daten auszuwerten. Aber gerade in der heutigen Zeit, auch in der jetzigen Situation, möchte man ja gerne Sachen wissen, bevor sie passieren. Wie kann uns da dieses Zweigespann aus Wissenschaft und Technologie helfen? Wenn wir uns anschauen, eben die Basis der Art, wie Leute denken und wie sie reagieren. Dieser Weg der Entscheidungsführung ist, wenn wir uns einmal mit dem Kunden auseinandergesetzt haben oder der Person vorhersehbar, also prädiktiv. Also ein Mensch, der seine Entscheidungen basiert auf rationale Überlegungen macht, das ist unabhängig, ob er einkauft, ob er ins Kino gehen möchte. Alle seine Entscheidungen werden rational. Wenn jemand emotional ist, ist das genauso. Und das gibt uns jetzt schon die Hilfe, wie gehen wir mit verschiedenen Menschengruppen um. Wenn wir wissen, dass sie emotional sind, dann werden wir ihnen Testimonials schicken. Wenn wir wissen, dass sie rational ihre Entscheidungen machen, Facts und Competitors. Und es gibt etwas, das nennt sich Stability of Personality Traits. Das Charakteristiken von Menschen sind eigentlich für Jahre gleich, außer es passieren irgendwelche einschneidenden Verhältnisse. Das ist der Coronavirus. Also ich werde nachher auf das noch zurückkommen. Aber im Prinzip sieht jeder Mensch auch diese Krise durch seinen eigenen Filter. Also jemand, der sophisticated ist, sieht es durch den Filter der Sophistication. Jemand, der value-oriented ist, durch das. Also diese Eigenschaften erlauben uns, die zukünftigen Reaktionen auf Produkte, auf Communication vorauszusehen und somit sowohl die Produkteauswahl, die Communication Channels richtig auszuwählen, um wirklich einen Impact bei unserer Audience zu kreieren. Ja, ich habe mich ja auch schon im Vorfeld ein bisschen mit dem Thema Best Fit, das ja letztendlich auch die Company ist, die diese Analysen durchführt, beschäftigt. Wie kommen Sie denn letztendlich an diese Daten und können auch die Einschätzungen erbringen, welcher Menschentyp hier auf der Gegenseite agiert? Wir haben hier eigentlich eine Kombination von AI, Artificial Intelligence und HI, Human Intelligence, verwendet und das Ganze in Technologie eingebettet. Wenn ich mich vielleicht daran erinnern darf, dass AI ist Artificial Intelligence und Artificial ist ein lateinisches Wort, das man-made heißt. Also wir haben alles das, was Jahrhunderte von psychologischen Studien sind, eingebettet in das, was die heutige Geschäftserfahrung ist, also our current human intelligence. Und das Ganze dann, wie Sie sehen werden, in einen charmanten, gamified Rahmen eingebaut. Warren Buffett hat schon gesagt, the market pays you better for entertainment than education. Also was uns wahnsinnig wichtig ist und was die hervorragenden Resultate bringt, die wir unseren Kunden liefern können, ist die Tatsache, dass wir mit charmanten und indirekten Fragen, wenn man jemanden direkt fragen würde, Are you sophisticated? Die meisten Leute werden ja sagen. Also es ist lange bewiesen worden, dass um wirklich die Leute zu verstehen, muss man indirekte Fragen stellen, um Biases zu vermeiden. Und wir werden hier an einigen Fragen sehen, wir nehmen einen charmanten Approach, wir nehmen indirekte Fragen, wir geben den Usern eine fantastische User Experience und dahinter sind sophisticated Algorithmen, die auf jede Antwort einen spezifischen Wert zuteilen und der erstellt dann das Profil. Und diese Information wird eins zu eins an unsere Kunden weitergegeben oder natürlich auch in Clusters. Okay, ich habe gerade gemerkt, dass der letztendliche Link, wir wollten jetzt gerade kurz den Questionnaire zeigen, durch den wir dorthin kommen, der wird jetzt gerade in unserer hoch sophistizierten technologischen Welt gerade nicht unterstützt. Aber letztendlich, vielleicht können wir da nochmal ein, zwei Minuten drüber sprechen. Es werden vor allem Questionnaires ausgefüllt. Sie haben gerade vorhin gesagt, das Thema Gamification, das Erlebnis der Informationsweitergabe ist enorm wichtig. Vielleicht können wir da noch kurz drauf eingehen. Sicher. Ich glaube, wir schmunzeln alle schon ein kleines bisschen, wenn wir uns diese Seite anschauen. It's fun, it's fast, it's bester Nobelpreis winning research. Klick hier. Also so beginnt die Reise. Und dann kommen Fragen wie, Sie bekommen eine Einladung auf den Mond zu fahren. Wie ist Ihre Reaktion? Great, wann gehen wir? Ich muss mir das überlegen. Nein, danke, ich lebe lieber. Also das ist eine typische Frage, womöglich wir Risiko abmessen. Um zu verstehen, was die Preissensitivität eines Kunden ist, wäre eine typische Frage. Sie sehen etwas, was Ihnen wahnsinnig gut gefällt. Was machen Sie? Kaufen Sie es? Überlegen Sie sich, ob Sie es brauchen? Überlegen Sie sich, ob Sie es sich leisten können. Und jede Seite ist normalerweise animated, springt automatisch weiter und am Ende von allgemeinen zwischen 12 und 15 Fragen kommt dann ein Profil, das charmant wahr ist, charmant und das dann weitergeleitet werden kann an verschiedene Freunde oder Bekannte. Also es ist eine, ich würde sagen, Lifestyle-Reise, die den Kunden einen Spaß macht und die eben diese prädiktive Information über Kundenbehavior, Decision-Style, aber auch Priorities und Preferences für unsere Geschäftspartner zugänglich macht. Gibt es hier ganz spezielle Industrien, die hier letztendlich im Lied sind und die diese Daten und diese Insights nutzen oder kann man grundsätzlich sagen, dass die Insights, die hier generiert werden, über Industrien hinaus angewendet werden können? Wenn ich jetzt gerade an Themen wie Produktentwicklung denke. Es ist für jeden wichtig, Kunden zu verstehen, der Retail-Kunden hat. Also es ist ein B2C-Model oder ein B2B2C, falls es Agenten oder Vertriebspartner in der Mitte gibt. Was hier sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, ist, dass eigentlich heute jeder Kunde berieselt wird mit Angeboten und es besonders wichtig ist, den richtigen Ton zu finden, aber auch für dasselbe Produkt andere Produktcharakteristiken hervorzuheben. Also das ist für Next Best Product würde man sagen. Viele Leute verwenden uns zum Onboarding, also Lead Generation. Das heißt, hier würden wir nach den zwölf Fragen sagen, wo können wir Ihnen Ihr Profil hinschicken? Albert Einstein hat schon gesagt, ich habe kein spezielles Talent, ich bin nur unglaublich neugierig. Und da wir den Leuten ja etwas über Sie selber geben, resultiert diese Neugierde, dass wir statt einem Formular, lassen Sie bitte Adresse, das kaum jemand ausfüllt, plötzlich eine Vielzahl auch sammeln können. Also es ist für alle Industrien, die sich mit Retail-Kunden auseinandersetzen, wüsste ich. Ja, das sind ja jetzt in Anführungszeichen sehr, sehr limitierte Daten, die hier gesammelt werden. Gerade in einer Zeit, wo Daten als das neue Gold zählen. Vielleicht können wir da nochmal kurz darauf eingehen. Wie kommt man mit so wenig Daten letztendlich an solche speziellen Insights? Ich würde nicht sagen, dass es wenig Daten sind. Es sind andere Daten, die wir gewöhnt sind. Normalerweise, wenn Leute von Daten sprechen, dann sprechen sie von einer Grafik. Also Adresse, Alter, Person und was hat der Kunde eigentlich gemacht. Was wir hier durch diese ungewöhnliche Behavioral Science Approach haben, ist der gesamte Entscheidungszweig und die Charakteristiken der Person. Also it's not big data, it's small and smart data. Und wir werden nachher noch eine Sekunde darauf eingehen. Aber data ist überhaupt etwas Interessantes. Wenn wir uns jetzt mal die Geschichte anschauen. Colonialization. Colonialization war, wenn England oder Frankreich ihre Kolonien erobert hat, hat Rohmaterial von dort gebracht, hat es verarbeitet und dann verkauft. Also die Leute, die praktisch das Rohmaterial geliefert haben, haben davon einen sehr, sehr kleinen Benefit gehabt. Dann ist die Zeit der Data-Konialization gekommen. Und hier hatten wir Internet-Users, die durch ihren Navigation auf Websites, durch die Tatsache von Cookies oder anderen Instrumenten. Und hier ist diese Industrie in der Hand eigentlich vieler amerikanischen Gesellschaften. Google, Facebook, die sammeln diese Daten und haben sie dann begonnen dazu zu verwenden, um das als Ads oder als Daten an Gesellschaften zu verkaufen. Und das wurde dann wieder auf den User losgelassen. Jetzt haben wir in den letzten Jahren Entwicklungen gehabt, die sich generell GDPR nennen, Privacy Rules. Und diese, ich würde sagen, Berieselung von Kunden, ohne dass sie einen Benefit davon haben, geht gleich langsam zu Ende. Und wir kommen in eine Zeit, wo wir von Data-Demokratization sprechen. Sehr spannend. Sie haben es gerade vorhin angesprochen, die Berieselung von Kunden. Man kann ja jeden Tag sich endlos Videos, Sie haben gerade von den diversen Seiten gesprochen, Videos, Content sich näher bringen. Wie unterscheiden sich denn dann letztendlich die Inhalte, mit denen Best Fit überzeugt? Ich glaube, das, was wichtig ist, ist, dass man in der gesamten Value Chain, in der gesamten Beziehung aufpassen muss, dass der Kunde wirklich etwas davon hat. Wir rufen das Quit Pro Quo. Also wir, erstens, der Internet-User gibt uns die Information, freiwilligerweise gibt es uns. Und wir haben Completion Rates, wir kommen dann noch darauf zu sprechen, von im Durchschnitt über 90 Prozent. Also hier hat schon einmal gleich der Kunde eine angenehme Experience. Und dann ist es so, dass wir die Information, die wir sammeln, an unsere Geschäftskunden weitergeben, um die Experience für den Kunden zu verbessern. Um ihm ein personalisiertes Service zu geben, um ihm nicht viele Informationen an den Kopf zu werfen, sondern das, was ihn wirklich interessiert. Und somit tun wir eigentlich hier den Kunden ein verbessertes Service, eine bessere Produktauswahl, wirklich eine bespoke, würde ich sagen, Service anbieten. Und das ist auch noch einmal eine Demokratisierung, nicht nur das Quit Pro Quo, aber leider ist es so, dass extraordinäre, sehr gute Service sehr oft High-Nate-Wars-Individuals in Banken oder halt wichtigen Kunden reserviert ist, die viel Geld ausgeben. Und dass der normale Durchschnittsbürger ein nicht so gutes oder oft da kein Service gibt. Ich meine, heute in Europa unter 250.000 ist ein Konto für eine Bank nicht profitabel. Was wir geben können, unseren Kunden und unseren Geschäftspartnern, ist die Möglichkeit, einen kleinen Kunden hervorragend und personalized zu bedienen. Und der kann ja vielleicht morgen ein großer Kunde werden. Ja, Sie haben es gerade vorhin gesagt, das Thema Personalisierung. Wie gesagt, wir haben schon im Vorfeld kurz darüber gesprochen und ich war auch schon im Vorfeld davon begeistert, was hier für Completion Rates und wie gebannt die Teilnehmer dieser Umfragen letztendlich dann auch durch die unterschiedlichen Fragebögen durchgehen. Vielleicht können Sie da ein, zwei Worte dazu sagen, weil hier sehen wir hohe Prozentzahlen, hier sehen wir Click-Through-Rates, von denen wahrscheinlich der ein oder andere News-Anbieter nur träumen würde. Ja, also das Schöne ist, die sind aufgebaut auf über eine halbe Million von Questionnaires-Erfahrungen, die wir in über acht Ländern gesammelt haben. Also das ist wirklich ein getestetes Resultat. Die Tatsache ist, es gibt von PricewaterhouseCoopers jetzt eine sehr ausführliche Studie, die wir jedem schicken können, wenn er Lust hat, über ROX, Return on Experience. Experience ist ein Produkt geworden. Und wenn wir den Kunden Experience geben, dann kreieren wir Brand Loyalty, wir create Multiviral Marketing und erreichen sehr viele Ziele. Eines von den Dingen, die ich dazu sagen muss, diese Resultate sind Pre-Corona-Crisis. Also wir haben mit einer HMO, einer Versicherungsgesellschaft zurzeit, nach einem sehr erfolgreichen Piloten ein Projekt, wo die Gesellschaft das als Happy Birthday Card rausschickt. Alles Gute zum Geburtstag. Wir haben ein Geschenk für Sie. Ihr Personality Selfie. Die Leute freuen sich. Es gibt Blogs, Facebook, die denken an uns, das ist charmant. Und es ist eine enorm effiziente Art, Daten zu sammeln. Diese Zahlen sind Pre-Crisis. Wir haben momentan 30% höhere Click-Through-Rates, wie wir je hatten. Und dazu muss ich noch sagen, das wird immer wichtiger, weil niemand geht aus dieser Krise genauso raus, wie er reingekommen ist. Und wir müssen sagen, Big Data und Old Data werden nicht mehr so wertvoll sein oder usable sein, wie sie in normalen Zeiten waren. Jede Firma müsste jetzt neue Segmente machen und müsste jetzt wirklich sich überlegen. Meine Kunden haben sich geändert. Was wollen sie? Und wie soll ich mit ihnen umgehen? Ja, sehr spannend. Sie haben es gerade angesprochen. Die Krise, die aktuelle Situation verändert vieles. Aber vielleicht können wir da noch einen kurzen Side-Step machen. Letztendlich ist es ja so, dass mit Sicherheit auch gerade vor der Krise nach wie vor eine große Technologie-Skepsis auch da war. Vielleicht können Sie da drauf eingehen, weil das natürlich auch gerade in dieser Anwendung ein hochtechnologisiertes Produkt ist, welches hier zum besseren Verständnis, hier zur Personalisierung eingesetzt wird. Zum Glück ist es hochtechnologisiert, aber unglaublich handling einfach. Es ist ganz einfach ein Link, den eine Gesellschaft bei SMS verschickt. Also eines von den Dingen, auf die wir ziemlich stolz sind, ist, dass wir eine unheimlich komplizierte Backend haben mit vorbreiteren Algorithmen. Aber dass der Umgang sowohl für den User wie auch für die Gesellschaft unglaublich einfach ist. Und wieder auf Corona zurückzukommen, es ist herzzerbrechend, was in manchen Ländern vorgeht. Es ist schmerzvoll in anderen und es gibt eigentlich nur einen Winner und das ist digital. Also ich glaube, dass jetzt jede Gesellschaft und jede Person in jedem Alter weiß, dass digital braucht man ganz einfach. Vollkommen. Und hier sehen wir, glaube ich, auch, wenn wir uns diese Grafik anschauen, dass gerade die Ergebnisse dieser digitalen Themen für enorm viele Outputs genutzt werden. Der User, der sein Profil kompletiert und dann letztendlich personalized, wie Sie es gerade vorhin gesagt haben, weitergeleitet wird. Das ist wichtig. Wir wollen eigentlich, so wie wir gesagt haben, dem Kunden ein besseres Service geben. Und da hilft uns wieder die Technologie unglaublich auf die Schritte. Also diese Algorithmen arbeiten real time. Also in der Sekunde und der Questionnaire geht irgendwo zwischen zwei und drei Minuten. Dann kommt sofort das Profil und in der Sekunde, wo dem User das Profil erscheint, haben wir die komplette Algorithmen und Eigenschaften und Preferences von den Kunden. Und können dann automatisch auf ein anderes Produkt vorschlagen. Also das ist wirklich Micro-Marketing, so wie wir es heute nennen. Wir können auf eine andere Teil der Webseite der Firma springen. Wir können eine Subscription vorschlagen. Wir haben gerade für IBM am Ende eine Subscription, also eine Anmeldungsformular für deren Service. Und die haben gesagt, so was haben sie noch nicht gesehen, wie das funktioniert. Es kann daraus entstehen natürlich Clusters, die man dann am Ende einer Periode für Targeted Campaigns verwenden kann. Zum Beispiel eine Discount-Campaign zu machen. Für Leute, die nicht preissensitiv sind, ist ganz einfach Geld zum Fenster rausgeschmissen. Also wir können Sachen sofort machen, wenn wir ein Produkt zeigen, das kann ein Klick-Through zum Shop sein, wo man sofort kaufen kann. Man kann auch, und das ist, glaube ich, für die heutige Zeit wichtig, eine ganz personalisierte Ansprache haben. Also unsere Algorithmen, wir würden hier, was man rechts sieht, die verschiedensten Texte für dasselbe Transaktion, da geht es, glaube ich, um eine Reiseversicherung, alle Texte vorbereiten. Und dann würden die Algorithmen real-time den geeigneten Text rausziehen. Also wenn wir 15 Fragen haben, wir könnten das bis zu 2054 verschiedene Texte sofort geben, die das Produkt so anbieten, wie wir das Gefühl haben, der Kunde es versteht, hören möchte und kaufen möchte. Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend, vor allem die Kombination, die letztendlich hier zum Erfolg führt. Und vielleicht, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, wir sind jetzt im Laufe dieses Gesprächs immer wieder vereinzelt auf die unterschiedlichen Benefits eingegangen. Aber hier wollte ich Sie nochmal ganz kurz fragen, wenn wir es jetzt in einer Nutshell nochmal in wenigen Worten zusammenfassen. Wie kann die Kombination zwischen Smart Data und Behavioural Science vor allem auf die Business Goals der unterschiedlichen Unternehmen einzahlen? Wenn wir das in Gruppenteilen, also erstens, unsere Algorithmen tun das geeignete Produkt für die geeigneten Leute an, finden. Also wir tun das Produkt und die Personen an. Wir können auch Personen und Personen matchen. Also das heißt, wenn es eine Gruppe von Private Bankers gibt zum Beispiel, würden wir die profilieren oder Mitarbeiter eines Call Centers. Und wenn der User den Questionnaire ausgefüllt hat, automatisch ein Matching zu einer Person machen, die genauso denkt wie er. Und das sind die erfolgreichen Verkäufer. Also man kann die Information verwenden für Kundenacquisition und Lead Generation, wie wir gesagt haben. Eine andere Harvard-Studie sagt, dass Client Retention, 5% von Client Retention kann 100% des P&A verbessern. Upselling und Cross-Selling, wie komme ich von einem Produkt zum anderen? Communication. Communication ist vermutlich eine der wichtigsten Pilaster, weil alles ist Communication. Nicht nur CRM, nicht nur der Next Best Offer, nicht nur Dynamic Pricing, aber auch ein Produkt praktisch, was man anbietet, ist Communication. Wir haben vorher gesprochen von Micromarketing, eigentlich nennt man das Neuromarketing. Und wieder, es geht darum, wenig Kommunikation, die richtige, zur richtigen Zeit. Also how, who, what, when. Und auf jeder Seite, die ein User sich anschaut, ist natürlich der Brand drauf. Und für Firmen, die auf der Börse sind, die wissen, dass Innovation, the image of innovation, the image of being different. Wir sind speziell und wir sind speziell für sie da mit einem Personalization Offer. Das ist, was heute ein großer Teil von Brand Value ist. Und bevor wir jetzt auf die letzte Frage eingehen, möchte ich auch nochmal den Shoutout zur Community und zu den Zuschauern geben. Wenn es Fragen gibt im Nachgang unseres Gesprächs für Frau Kohn, dann bitte schreiben Sie die Fragen in den Chat. Wir können sie aufnehmen und können hier direkt im Gespräch oder dann, wie gesagt, im Nachgang dieses Gesprächs drauf eingehen. Frau Kohn, vielleicht als letzte Frage noch Ihren persönlichen Ausblick. Sie haben jetzt ganz viel, wie gesagt, mit hochtechnologischen Themen gearbeitet, mit den Auswirkungen dieser hochtechnologischen Themen auf unterschiedliche Personengruppen. Was glauben Sie, gerade in der Zukunft, wo wird das Thema Human Intelligence, das Thema Artificial Intelligence und gerade auch das Thema der Personalisierung den größten Impact in der Gesellschaft, aber auch auf einer Business-Ebene haben? Ich glaube, es wird in der Gesellschaft den größten Effekt haben, weil ein gewisses Distancing wird übrig bleiben. Wir werden mehr Kommunikation haben, das Online-Shopping wird größer werden und wenn man einen Kunden nicht persönlich treffen kann, dann braucht man andere Instrumente, um ihn zu verstehen. Und das ist so eine digitale Plattform, also das ist das eine und das zweite, Sie haben gefragt, für welche Industrie, also wir haben eine, würde ich sagen, Sammlung von Versicherungskunden, Bankkunden. Die Deutsche Henkel Gruppe hat uns als Partner für Digital Innovation ausgesucht, wir haben Kunden im HR-Sektor, Hermes ist ein Kunde von uns, also Industrie neutral, die Firmen, die Industrien, die diese Micro-Marketing, die diese Smart Data in ihr Business Model einbauen, werden die zukünftigen Winner sein. Das sind doch schöne Schlussworte. Es gibt keine Fragen im Moment von der Audience. Wenn im Nachgang, wie gesagt, Fragen aufkommen, bitte nicht zurückhalten. Hier sind die Kontaktdaten von BestFit, an die man sich wenden kann, an die man sich wenden darf. Man ist sogar angehalten, sich mit Fragen und Herausforderungen an BestFit, an Frau Kohn und das Team zu wenden. Frau Kohn, ich darf mich nochmal ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit am heutigen Abend. Viele Grüße nach Zürich und bleiben Sie gesund. Danke vielmals.